Also werden wir bei denselben Jack Horn, die Legende Jack Horn. Und ihr sagt, das ist Jack Horns Gewehr? Das war Jack Horns Gewehr. Ja, also Lenny, er hat ihm mit dem Stein den Kopf zertrümmert. Ist von der Krippe gestürzt. Ah, angeschlichen habt ihr euch. Was zum Teufel soll das denn jetzt... Gott im Himmel. Lange berühmt waren die Pigeon-Brüder, aber nicht?